Wir sind heute im Russischen Kulturinstitut Wien bei der Eröffnung der Ausstellung Union der Kulturen, die der Entwicklung der russisch-österreichischen Kulturbeziehungen gewidmet ist. Heute werden drei begabte Künstler präsentiert. Johann Rumpf, Stas Miroschnikow und Maria Kapelowa. Die Vernissage wird von dem russischen Botschafter Dmitry Lubinsky und vom Vizebürgermeister Johann Kudenus eröffnet. Und ein Überraschungsgast ist auch dabei. Musik Heute Abend im russischen Kulturzentrum in Wien aus Anlass der Eröffnung einer sehr interessanten Ausstellung Union der Kultur. Auf der man sehr schöne Gemälde von russischen und österreichischen Künstlern genießen kann. Ich denke, dass die Kultur und die Kunst eine große Möglichkeit sind für den Brückenschlag zwischen zwei Ländern, die sich näher stehen, als vielleicht viele glauben wollen. Unsere heutige Vernissage heißt Union der Kulturen und ist im Tourismusjahr der russisch-österreichischen Kulturbeziehungen gewidmet. Wir präsentieren Ihnen heute drei begabte Künstler, Johann Rumpf, Stas Miroschnikow und Maria Kapelowa. Musik Es freut mich sehr, dass es eine starke Verbindung zwischen russischen und österreichischen Künstlern gibt. Das ganze Leben ist eine Kunst und es ist eine Kunst zum Leben. Musik Und ich sehe diese schönen farbigen Bilder hier. Es ist sehr inspirierend. Es ist aufmunternd. Ja, wenn man die Bilder sieht, das ist fast wie ein ewiger Frühling. Musik Dienstem Sitz Untertitelung des ZDF, 2020